Würde man mir den Schalter hinhalten, so mit so einem roten Knopf. Und ich könnte einfach mit einem Schlag die Menschheit auslöschen. Mich inbegriffen, auch meine Familie inbegriffen. Aber es würde nur noch die Natur existieren, nur noch die Flora und Fauna. Leute, ich würde nicht mal überlegen. Das Ding wäre sofort gedrückt. Was wir quasi an Scheiße produzieren und machen und tun. Was wir uns gegenseitig abf... Man sieht es gerade auf der Welt. Ich denke mir so, der Mensch ist einfach nicht belehrbar. Er ist einfach ein stupides, sehr einfaches und sehr dumm gestricktes Lebewesen. Ich denke mir so, der Mensch geht es einfach nicht.